so weiter geht's ich möchte erfolgreich und go go wo lang keine ahnung gehen wir hier lang in hoffnung dass der richtige weg ist sicher kann ich mir nicht sein aber vor allem diese ganzen blockadezeichen sind da ja überall noch anscheinend kann ich also irgendwie da auch hin und ob es nahm erholt sich dankeschön 34 treffer hat hat links zu bedeuten bitte danke da sind die hasen da ist der hase mein psychohase ja bitte Wut? 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 Hat er jetzt eine neue Technik gefunden von wegen? Wut? 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 Ja, du bistela. W된! Wird her sein estava an configrieren? 冰! Es ist echt eurer Ernst! Okay, jetzt hatten wir doch recht dass wir hier nochmal irgendwo hin zurückmüssen. Wie geil ist das denn? Hier müsste jetzt irgendwo ein grünes X beziehungsweise Sanji beziehungsweise sowas, was ich nicht weiß Und die Höhle stürzt again hinter uns ein Wir wollen hier mal eben Nami beiseite legen und bitte das Ding wieder ranziehen Und weiter geht's, Nami Die jetzt mittlerweile schon länger nicht mehr mit uns geredet wird So, speichern wir mal eben Nochmal, ja Because I can Die jetzt, because I can Kann ich speichern So So Er läuft hier übrigens gerade halbnackt mit Sandalen durch das Schneegebiet Was mir aber später irgendwie in einem Anime auch noch auffällt Hier ist ein Erholungsgebiet Oh, fuck Wo soll ich da hinkommen? Okay, Wapol war richtig Sandi, ich hoffe, du verstehst noch ein klein wenig Dass ich dir zur Hilfe eilen kann Ähm Mese springst du da nicht einfach runter Geht nicht, okay Springen wir eben hier runter Wo ist der Zahnbischu? Okay, Moment Geht mir aus dem Weg Ganz ab jetzt hier 20k aus Wo ist Zahnbischu? Kann ich dich nicht Kann ich keine Thema Faktik machen Stopp Kabof Ach, by the way Ich würde gerne mal Das ist der Hammer Okay Oh, was ist da? Nein Was soll wir machen? Nimm Nami mit Okay Machen wir jetzt gleich Haben wir ein bisschen Ja, ein bisschen mehr Leben ist mir aufgefallen Hier müsste sie liegen Tut sie Tut es Ich glaube, wir sind fast am Ziel Eventuell Obwohl wir müssen eigentlich den gesamten Berg noch hoch Wie ist Sanji eigentlich damals im Anime weggekommen? Fert mir gerade so nebenbei auch Er wurde doch auch von der Lawine erwischt Oder nicht? Und ich meine, Raffi Klimt da den Berg dann alleine hoch Wo ist Sanji? Gute Frage Erinnere ich mich gerade nicht Ist er wieder den kompletten Berg runter Gelawint Kann sein Ich bin gerade Ich bin gerade ernst und unsicher Was haben wir denn hier? Ja Das sind sie Du hast ich Ja Ja Das war's für mich. Leichter gesagt als getan. Au, wir sind so ho ho ho! Wir sind Sanji! Arryta! 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 ja sollte verarschen genau lapins hießen die genau wir machen nämlich gerade fertig ja 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 Ich werde komplett vernichtet. Ja, das war super getroffen. Das ist ja nicht. Das ist gut. Scheiße, ey, diese Larpins, die machen mich fertig. Okay, ich hoffe, ich treffe den. War er auch nicht. War er ihn getroffen? Okay, machen wir mal ein bisschen Aufstelligkeit. Oh, fuck. Are you fucking serious? Danke. Erster Larpin tot. Oder doch nicht? Doch. Kommen wir zu dir. Weil gegen keinen alleine müsste es nicht mehr so schwer sein. Ich frage ihn, wenn ich dich jetzt anvisiere, du kleiner Schwuppe, Spaßchen. Zitzen, hey. Am Cartagier. Dann wird das nicht mehr so schnell gestalten. Ich verlinke mich. Ich habe den Kopf nicht mehr so etwas Angst. Umstoß zu werden. Erster Lauf ist ja auch nicht viel zu sein. Erster Laufwachen. Ersteine. Das gibt's noch nicht. Aber diese Hasen sind guckend verrückt! Was ist das denn? Kann doch nicht da ernst sein. Danke. Bist jemand abgeschlossen? Ich hab zwei Hasen besiegt. Ich hab zwei, ich hab zwei. Ich hab zwei, ich hab zwei. Was ist das, was ist das? Was ist das, die? Was ist das? Das ist doch… Das ist der Lose. Hey Sanji, was ist das? Hey, weg, Rufi! Weg, weg, weg! 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 Ja, Sanji wird von der Lawine mitgerissen. Okay, das ist klar. das war in sicherheit zurück wo ist denn bei dir in sicherheit vielleicht da unten keine ahnung wo ist in sicherheit da durch das nach einsetzen sollen jetzt etwas knapp ja ja Luffy... ... das kann man nicht nutzen. Oh, Nami! Das kann man nicht nutzen, oder? Das ist das! Einige Dinge in der Umgebung von Rolfi Drücke jetzt haben Griffangriff Was soll das bringen? Lassen wir ihn sicher zurück und suchen einen anderen Weg Jetzt muss ich ja doch wieder da unten hin, ihr Spaßvögel Ach, ja, ich hab verstanden, was ich machen muss, was ist denn, oh, jetzt muss ich ja doch wieder Nami wegbringen Eieieiei, Leute, 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 okay Na gut, was soll's Hoch mit dir, Rolfi So, und schon muss ich jetzt wieder Nami holen Nehmen sie, nehmen sie, nehmen sie, nehmen sie, danke Das Spiel stellt einen schönen, immer wieder verschiedene Aufgaben, das ist eigentlich echt nett Okay, weiter geht's Da hättest du da unten, da unten, da unten Da hättest du da einen Speicherbuch Auch mal wieder zwischenzeitlich nett Was stand da gerade, was soll ich tun? Irgendwas stand da gerade, ich hoffe, es steht da immer noch Lassen wir mich jetzt irgendwo an einen anderen Weg, okay, alles klar, mal wieder sie liegen lassen Ja, 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 ich hab's schon verstanden, danke schön So, den links lang Okay Wow, er kann sogar springen, das ist ja was Neues Ich hab mir noch, ich weiß grad noch nicht, aha Als allererstes möchte ich gerne das da anzünden Als weiterer möchte ich Da hinten irgendwo irgendwas kaputt machen Die Frage ist, wie? Mach ich das? Muss ich von der anderen Seite machen, ist mir sicher Okay Ich geh hier hin Ich geh hier rüber Ich muss irgendwie da rüber kommen, nur wie Keine Ahnung Wie komm ich da rüber? Ich weiß, dass ich hier Was verbrennen kann, aber Aha, Moment mal Erstmal hier Ja, 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 genau Erstmal das hier bitte langziehen, dann sind wir schon wieder bei Nami So, ja, das hab ich schon gemerkt Dankeschön Da drüben ist Ach, da haben wir eine neue Liga, okay Ähm, dann gehen wir mal in Tsunami Komm mal her Eine kleine Geben wieder auf den Fluten bringen Hoppa 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 und dahin genau hin für die Junggutwerke er hat heute schon wieder erweckt das ist doch egal dankespiel das mit 2 nach dem Motivation wir vergessen die Brücke woher zu holen Danke. So, da müssen wir draus. Bisschen abgeschlossen, entscheidend. Äh, haben wir bespricht. Wir können hier jetzt raus. Ich weiß nur nicht genau wie. Zack, doch, ich weiß wohl wie. Komm, wir müssen Nami jetzt nicht extra nochmal da hinbringen, in das Warme. Wir können das jetzt direkt von hier aus machen. Auf geht's. Und noch irgendwas, was wir überbrücken müssen. Und wieder stürzt die Höhle hinter uns ein. Und dann la... Oh Gott, ja, wir machen hier gleich weiter.